Nicht... nicht arbeiten! Oh oh! Sag dir das mal in Ruhe! Hier steht ja... Los mit den Spielchen! Es geht ins Kriegsgebiet! Was kennt ihr ja nicht als bestes Lover? Ja! Was hast du gesagt? Das liegt ja in Ruhe wie du mal! Achso, ja gut, alles klar! Kannst du ruhig sagen, dass du auf deine Penisvergrößerung gespart hast und jetzt so weit ist? Das ist alles! Haha! Ich hab immer so'n Ding hier dran hängen zu Hause! Was ist das? Die so runterziehen, willst du? Wo ist das runter? Hahahaha! Hahahaha! Battle Royale! Das Gas breitet sich aus! Zur Sicherheitszone, King! Wähle einen Einstiegspunkt für deinen Tiefsoldaten! Oh! Schuhe! Nee, Entschuldigung! Es war ein rotes Flugzeug! Okay! Hey! Hey! Das ist Royale! Schuhe! Ja! Erstmal Kreis! Das ist ja doch um einen Super zu holen! Aber wir waren wieder nicht im Gulag letzte Runde! Deswegen schon mal ganz gut! Ich geh hier rein! Schuhe! 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 Ich hatte 3! Ich hab mit dieser SPR aber auch nichts getroffen, Alter! Schuhe! Ich hab mit dieser Sprex gefahren! Und dann bin ich jetzt zu heute vormittag, haben meine, haben meine Dingsschüsse geconnected, meine HDR-Schlüsse, Neifschüsse! Ja! War bei mir jetzt auch, ja! Ich bin, ich merkst du sofort! Ja! Ist es einfach! Mittevormittag war auch aufs Kopf, aber, ich bin gesagt nein! wir machen nur den kreis platt jetzt hast du es gesagt jetzt kommen die aus allen ecken also ich habe irgendwie schon acht riesen haufen geld eingesammelt und habe erst vier männer was ist denn hier los ich habe auch eine rote kiste aufgemacht geldhofen 28 heute brauchen wir noch rote kiste 8 voll krass primärziel abgeschlossen aufklärungsdaten gesichert da jungs na dann lassen wir gleich treffen ich bringe uns in die luft feindliche drohne über uns feindliche drohne über uns komm doch mit der drohne komm doch hier ist ja schon alles durch alter picken dich du erhältst eine ausrüstungslieferung wollen wir danach den supply run einmal machen und äh schneiden wir jetzt safe und so einen scheiß holen noch ja ja du bist so ja ha 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 ja ha ha du hast dich viel Zeit 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 du hast dich schon du hast dich schon unterrechn ja ist doch kein Problem dicker ist noch nicht mal die erste hälfte der ersten zone durch und wir sitzen hier mit Lodi und wenn Shurek jetzt nicht in den Baum fliegt ist das alles in Ordnung oh 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 hat es bei euch gerade auch ein bisschen geleckert das breitet sich aus der auftrag ist erledigt hier Shurek will man moonbox oh Prezi kommt oh Prezi kommt ich weiß auch von wo hier oben sitzen sie drauf und hier hinterm Auto saßen sie ah ah wie gesagt passt du auf den aufm Dach auf wie gesagt passt du auf den aufm Dach auf Shurek kannst du moonbox einmal droppen ich sitz hier ziemlich trocken alter ja ja lege Munition ab danke danke von der hier ist mehr hoch die da oben klein ich auch nicht ja aber er ist da oben auf blau wie gesagt war auch einer von da kam der Prezi ja 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 er ist auch noch da oben ja 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 ich habe ihn noch genau da genau da Markierung der Zielposition oh Brächter da ist noch einer über dir der liegt auf den Zwischendingern der kommt pushen zu mir ich habe ihn schon ich habe ihn schon ich habe nicht gesehen wo er hin ist Klaas ja Weike er ist zwischen dir und mir hier irgendwo ja 46 Meter geradezu wo war 35 Meter der sitzt hier da in der Maus 20 Meter näher hat ihn hier ah nice hu der war knapp egal alles richtig ja ne oh hinter uns oh 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 ich habe ihn nicht gesehen von wo ich habe nur aufgetresst hinkriegt alter da hast du den Kipp von oben von dem du durch ne habe ich nicht gekriegt ja 45 Meter falsch der tut auch hier rum ja er ist wieder auf den Zwischendinger er ist wieder auf den Zwischendinger er ist wieder auf den Zwischendinger aber zwei hier pass auf naja du kannst ja gar nicht durchlassen was nicht für den Scheiß er ist schon bei mir hab ihn genau warte warte mal ich bin schon lass mich kein Team Swipe ha 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 er sagt doch ja Arschloch aufs Besten einfach nicht hat er noch ein paar Platten gehabt ne auch nicht scheiße also hier 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 tut komm her jo danke 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 perfekt ich weiß nicht ob das einer von oben war den ich gelockt hatte ne aber von den oben von dem hat der hat der kennt ne hab gar nichts gemacht jungs ich bin hier nur rumgelaufen komm wir verpissen uns hier überhälst deine Ausrüstungslieferung naja auf auf mach uns auch geistig das wird auch nicht durchschießen kann für so ein Blödsinn ja 42 Meter vor die Nacht markiert ich übernehme das Steuer da ist mal einer schnell in die neue Sicherheitszone ist der im Haus oder dahinter ne der ist im Haus komm mal mit Braveser ich brauch deinen Herzschlag von Schmidt 2 Mann 2 Mann bei uns drin ja einer ist hier einer ist einer ist hier genau über dir wir sind zwei wartet wartet ja oben drauf ich sehe ihn wartet oh 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 warte er kommt nicht weg oh ne ja er ist oben drauf Braveser komm hoch komm hoch er kommt sauber danke der war nice also bei mir in der Rechte liegt einer den hat sich gewöhnt ich hab den oben ordentlich berührtet gehabt ja ich kann mal 2 ich komm rein ja ich lauf außen rum ich komme einer noch einer war Shieldbrake eins links von mir ich bin auch geblendet und betäubt ich bin alles auf immer hab ihn Team Swipe komm mal komm mal wieder nice Staff ist alles noch da ja markiere kleinkalibrige Munition lass mal zusammenschmeißen dann kann Shrek sich noch schnell äh ein Self holen und dann lass mal noch eine Plattenbox holen ich glaube das werden wir brauchen ich glaube das werden wir brauchen weißt du und so Quatsch warte es doch alles ja Shurek äh warte oh nein reicht nicht oder reicht? ne reicht nicht hier Shurek warte mal nimm mal erstmal warte mal hier ist ja noch Cash hier jetzt reicht hier liegt ne Plattenbox und ich hab eine gekauft ich Idiot Cash aber ich dropp die jetzt auch einmal jetzt hat bloß keiner hat einer von ihnen noch ne ne Wester oder ne? äh wer? ja 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 ein load und ist weg ne das war ne ne das war nie der der Rowskin kam von da beide wollen wir auf SOS gehen oder wollen wir auf Ruhehäuser gehen ja hier oder? Markierung der Zielposition vergesst das negativ vergesst was ich gesagt habe wenn sie da oben nicht schon sind da oben wäre ja nicht schon sein Digga ohne verbündet ohne ist in der Luft Radarsuche wird gestartet hier sind so viele neue Türen ich bin jetzt verrückt nein doch auch nicht die ist sowieso alt aber dachte gerade schon das ist jetzt äh oh Factory sitzen vier was denn da los? und hier auch auf blau da oben rennen sie ja auf Factory sitzen vier auf Factory waren grad vier Leute auf blau sitzen sie ja ja es sind immer noch vier da ich würd sagen wir gehen auf die Hohen Häuser die waren gerade sauber oh guck mal Ente ist jetzt hier ey cool Ente ist überall ja Pass auf ich geh auf die anderen Häuser damit wir ein bisschen aufgeteilt sind ich geh hier einfach mit hoch ah ich seh einen ne ist es noch nicht feindliche Drohne über uns grün seh keinen blau seh auch noch keinen aber die werden ja da irgendwo auf in-house ziehen feindliche Drohne über uns doch ich seh einen feindkontakt feindkontakt white hit zu niedrig zu niedrig zu niedrig zu niedrig zu niedrig blauer auch und die schweindliche Drohne über uns die 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 Nein genau da fängt er an weg zu rennen, Shield Brake auf Live Ping Wir müssen ja eben die Hefe noch geholfen Oh, Bühne hat ein PC gekriegt, ja, ich komme Oh, haben sie wieder gekauft Oh, shit, hab ihn verfehlt Haben sich ein Lodi geholt Kapp ihn, ich schieße mal rauf Da hingekriegt Einschlag, kein Erfolg Okay, die werden safe weiter links lang kommen Die werden ja nicht über den Berg laufen Rechts, weiter rechts Da rechts ist keiner, guck nach rechts Also nach rechts, wo muss sie nicht Ne, wenn sie links kommen Ja, da sind sie Einer ist noch Oh, ich hab eine gekriegt, Jungs In den Hintern hoch GG Gibt ihr den da gefinisht, den ein, ne, wa Wo sitzen sie? Hier Markiere Wegpunkt Tone pusht sie gleich raus Links laufen sie schon, alle drei Ja, genau Ja, genau Ich treffe ihn nicht Im Haus laufen weiter Ja, hat ihn noch Ja, hat ihn noch Hat ihn Oh, der war sauer Den konnte ich jetzt nicht nochmal weglofen lassen, alter Ich wusste nicht, dass sie zu dritter saßen Ich hab auch nur zwei gesehen erst Ah, hier drüben sitzen sie immer noch Feindkontakt Hüff W W W Hüff W W Haben wir es runtergesprungen von den? Die Nicht Ich habe Feindfeind V V fachner der sieht wirklich aber pass auf da waren die anderen oder kommen sie runter gesprungen sind jetzt rechts vor uns rechts rechts von uns auch nee da ist kieselter hier auto vor uns auf den himmel ab feindliche drohe über uns von wo schurek Äh, vorne am Hangar, auf dem Dach Nein Leute, komm wir ziehen uns nach hinten weg Äh, hier, den Dach sitzen wir Drei von links, Bravestar, drei von links Komm, 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 scheiß drauf Wir brauchen erstmal eine bessere Position Ja, aber die fressen uns gleich auch, wenn die von links kommen, dicker Na, wir gehen ja hin, da kommt Läuft durch jetzt auf, zieht euch hinten hoch, auf dem Kleinen Ah Ich weiß mehr da irgendwie Na ja, versucht euch recht, unter euch hochzuziehen Wer guckt da? Oben Sniper-Schüsse auf Dach Das ging jetzt schon beim ersten Ding gekriegt, wenn der nicht einmal rein und rausgesucht hätte Neh, ey, ey Stabst du über uns, Bravestar? Ne, 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 ne Stabst du über euch, Stabst du über euch, nicht hochziehen? Nicht safe Kann auch unter euch gewesen sein? Äh, hier aber Wegpunkt markiert Soll ich's wagen? Soll ich's wagen? Wir bleiben einfach unten ich bin heil oben angekommen ja feiten aber auf dem dach hier hinten sitzen sie die reingesehen oh tower sind sie wait it wait it knock auf tower auf blau wahnsinn ich weiß nicht wo sie hier laufen sind ja oder er hat einen geholt er hat sich genau in dem moment wo ich schieße die sauf ich glaube da sitzt oben drauf einer, guck mal oben drauf nee, oben drauf ist keiner so, Bravestar wollen wir ein bisschen nach rechts auf grün oder was ja, vorne laufen sie, auch auf dem dach und da liegt ein Lodi hab ihn ich sehe nicht wo die anderen sind, Bravestar, ne der andere ist oben drauf, einer ist oben drauf, Bravestar einer war da gerade ist durch, ne ist unter euch, habt ihr sehn's da, Bravestar, ich hatte ja nur ne Gasmaske boah, ich hab irgendwo von rechts eine gekriegt, sauber zieh sie jetzt an guck, guck, findet euch hier zusammen und schimmelt einfach die, die Hochzimmlückgeschritten ab an der Seite kann ja keiner mehr kommen nee, kann nur noch bei Bravestar hat sich gerade einer hochgezogen hat sich einer hochgezogen, Bravestar boah, alter scheiße, man noch 26 Leute gab zwei Minen an, an Seilzug gelegt nimm noch ne Panzertasche mit Bravestar, hier ist noch Gasmaske sind genau unter uns Geh weg vom Rand, geh weg vom Rand, du, du bist, äh, gesucht, sieh sieh das ist ne frische Gasmaske, Bravestar, haste ja na komm, die sollen sich jetzt hochziehen hier und dann landen sie erst mal in den zwei Minen Pau, hast jetzt kein Hauptturm mehr, da mussten sie runter und dann könnt ihr die nach vorne wegschümmeln die sitzen genau unter uns, Bravestar, kriegen wir auf den Herzschlag breitliche Drohne über uns 90 Meter einer 25 Meter hinter uns die sitzen alle unter uns guck noch weiter drauf, hört sich nicht das Gas verbreitet sich, schnell in die neue Sicherheitszone alles alles Jungs so, Böck, die tut direkt vom Rand, wo, schießt die, sieh, 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 sieh die, sieh ja geh weg vom Rand, geh weg vom Rand, mach keinen Scheiß achtet euch geh weg vom Rand, ich lass hier euch auch noch, äh ich lass hier auch noch, äh sich rausführen, die hat 310 hier drüben sitzen sie, Bravestar ja, lass, 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 lass da kommst du der Klasse, lass ja ja guck links das ist von dir da ist eigentlich keine Hochziehungsretter ja der letzte hittet mich noch, Alter von wo, ich komm, ich komm, ich komm in den Händen hoch klattenrücken, klattenrücken denn einer, einer stellt sich hier hin, weil dann hab ich auch die Brücke steht hier rüber zu laufen na einer bleibt hier stehen ich geh rüber, Bravestar, an dem Lodi waren sie standen mehrere aber nicht zu nah, stellt euch nicht so, ne 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 ne, stell dich nicht so oben hin, lasst die sich erstmal wegschießen noch da was was das ist eigentlich, die heben bisschen weg dass die sich wegschießen machen da so hat er ich habe ihn unter mir ist noch einer ja ich habe gewonnen, Jungs die, bleibt, bleibt einfach hier die schaffen es niemals da unten durch, euch Läufer, geh weg da geh weg die müssen unten komplett durchziehen das schaffen die nicht geht auf die andere Seite schon mal rüber Aber wir können immer noch hier oben bleiben, Braves, ja. Das Gas kommt nicht, neue Sicherheitszone wird markiert. Jetzt habt ihr jetzt über die Mausträger. Ja. Ja. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Das ist jetzt quasi ein Mausträger. Das ist jetzt so ein E-Wert hin und her. Ich glaub, danach movt die Zone noch einmal, dann geht sie klein zusammen. Müsst ihr nur hoffen, dass die hier unten wieder stark eingefrägt sind? Wir haben fünf Ziele mehr, packen wir es an! Markiere Wegpunkt! Ah, vielleicht können wir sie von hier oben noch sehen, Bravestar. Das Gas breitet sich aus! Sicherheitszone wird verlegt! Das Gas breitet sich aus! Oh, ja. Halt das hier, rechts? Halt das hier, rechts kannst du sich aussehen. Ah, rechts hier. Guck runter! die sterben nicht vor uns und ich habe keine spritzen damit hätte ich noch ein bisschen schaffen können die wussten schon die wussten schon wir haben nichts ich habe keine spritzen ich habe keine spritzen ich habe keine spritzen sehr schön hat sich das gebührsspiel bezahlt gemacht ja ja Ich bin echt stark dabei. Uns am Glück ist dann wieder ein Novo. Ja, das ist klar. Da hätte ich eigentlich schon einen anderen Sputze von ihnen gehabt. Dann wäre schon ein Game Over. Ja. Ja. Ich versuche gerade die Videos. Nice. Sehr gut. Lecker, lecker. Bravestar. Ja, die werden angepisst sein. Die werden angepisst sein, Dicke. Das ist ja nun nicht unser Problem. Ja, weil dann überliebst du unten schon und rasierst unten alles durch und dann...